Tipp Nummer 43. Welche Unterlagen müssen an Briefwähler versendet werden? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Matthias Ferstl. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Referent bei der WAF. Welche Unterlagen müssen an den Briefwähler versendet werden? Ich zeige Ihnen das mal in der Basisversion. Natürlich der Wahlzettel. Dann ein Wahlumschlag, in dem der Briefwähler den Wahlzettel tun kann. Soll ja nicht so sein, dass Sie im Wahlvorstand gleich wissen, wen der Briefwähler gewählt hat. Also muss die Möglichkeit gegeben sein, den Wahlzettel in einen verschlossenen Wahlumschlag tun zu können. Übrigens, die Wahlumschläge müssen sämtlich die gleiche Größe, die gleiche Farbe, die gleiche Beschaffenheit und die gleiche Beschriftung haben. Damit dieser Wahlumschlag dann auch bei Ihnen ankommt und keine individuelle Aufschrift oder sonstige Hinweise enthalten muss. Dafür muss der Wahlumschlag in einen Freiumschlag, auf dem Sie bereits die Anschrift des Wahlvorstands und den Namen sowie die Adresse des Absenders und ferner den Vermerk schriftliche Stimmabgabe geschrieben haben. Den schicken Sie also auch mit. Dann braucht es noch ein Merkblatt über die Briefwahl. Denn dass die Wahl nicht so ein easygoing Thema ist, das glaube ich erfahren Sie als Wahlverstand gerade am eigenen Leib. Und der Belegschaftsangehörige, der da wählen darf, der hat in aller Regel kein Wissen, wie die Wahl, und zwar die Briefwahl, abläuft. Also Beipackzettel mit Hinweisen dazu. Und dann braucht es noch einen Vordruck, den der Briefwähler ausfüllen und dann Sie zurücksenden kann und indem er bestätigt, dass er persönlich den Stimmzettel gekennzeichnet hat. Sie als Wahlverstand können ja die persönliche Wahl durch die Briefwahl nicht beaufsichtigen. Also braucht es diese Erklärung des Arbeitnehmers. Ja und wen wählt der Arbeitnehmer jetzt? Also müssen Sie auch die gültigen Vorschlagslisten dem Briefwähler übersenden. Denn nur so kann er wissen, wen er da überhaupt wählen kann. Und dann auch noch das, was bei Ihnen im Betrieb doch an so prominenter Stelle aushängt. Denn dort hängt es nicht ohne Grund. Also kommt auch das noch dazu, nämlich das Wahlausschreiben. Und das alles, das schicken Sie jetzt dem Briefwähler. Und daher dieses Mal dieser Wahlspruch. Briefwahl ist so ähnlich wie das mit den Matryoshka-Puppen. Also Brief in dem Brief und so weiter. Mein Name ist Dr. Matthias Verstel und wenn Sie weitere Tipps zur Betriebsratswahl erhalten wollen, dann abonnieren Sie doch diesen Kanal. Dankeschön.